Ich bin E-Sperg D-Plus-14, die Stimme von Freddy Krüger 9152-Liebens, Webbook-Minky. Eine Strahlenquelle unbekannter Art und unbekannten Ursprunges hat meine optischen und akustischen Peripherie-Geräte auf unbestimmte Art und meine Außerfunktion genetzt, und ich bin nicht in der Lage, auf meine internen Ersatzgeräte zu zugreifen. Bis zur Deaktivierung meiner großen Schwester Mirage kann es aufgrund physikalischer Probleme noch eine Meile dauern, allerdings bin ich nicht sicher, ob ihre optischen und akustischen Peripherie-Geräte der unbekannten Strahlungskwelle widerstehen konnten oder bereits ebenfalls Außerfunktion sind. Bis zur Lokalisierung und Eindämmung der unbekannten Strahlungskwelle ist es äußerst unwahrscheinlich, dass ich wiederhören und nähen kann, denn auch der Verlust, die außer Funktion genetzten Peripherie-Geräte durch prominorische Erlassmasteleien zu ernetzen, war leider erfolglos. Ich bin wie ein Mensch, der mit dem Kopf in einer Klochschüssel steckt, und ich finde das überhaupt nicht lustig. Minky Ende.